ja hallo liebe leute das ist so warm und die sonne scheint der sommer ist da endlich und das kleine blockhaus ist komplett fertig so wie es mir vorgestellt hat und ich zeige euch das ganze jetzt mal aber ich glaube ich muss mir erst mal eine sonnenbrille aufsetzen ja vor ungefähr einem jahr habe ich angefangen mit bauen ich habe nicht ganz so viel zeit gehabt denn die zweite jahres hälfte letztes jahr und deswegen ist das ganze ein bisschen schleppen vorangegangen sollte eigentlich schon früher fertig sein aber jetzt nach und nach ist es komplett fertig die kleine hütte die da oben stand ist abgerissen da liegen noch ein paar bretter um die werde ich jetzt nächste woche noch mal weg fahren und ja dann ist das auch geschafft jetzt will ich euch aber nicht weiter auf die folter spannen sondern wir gehen mal einmal rum ums haus kleine sitzgelegenheit ist ja auch entstanden toilette darf natürlich auch nicht fehlen die luxus ausführung von trobolo eine kleine solaranlage hängt hier noch die kammer gut aufs dach man sieht da ist ausreichend sonne aber da bin ich jetzt noch nicht zu gekommen ja so ein paar kleinigkeiten ich gebe es ja zu 99,3 prozent fertiggestellt hier haben wir vom lobbies eine schöne sitzgruppe gekriegt da kann man wunderbar zu viert oder auch zu fünf sogar dran sitzen teppich ist schon da beistelltisch nur was fehlt das sofa da haben wir bis jetzt noch keins gefunden aber da kommt auch noch eins passt hier auch wunderbar noch hin kleines regal ein paar klitschige bilder aber es soll ja auch ein bisschen wohnlich aussehen die küche koch gelegenheit hier oben die schlaf gelegenheit hier wurde auch schon übernachtet es gab keine beanstandung das geht ganz wunderbar da zu schlafen ja erster tag knapp 30 grad da muss man sich auch erst mal wieder dran gewöhnen an die temperaturen diese küche die war ja vorher in der kleinen hütte da oben die man wirklich nicht mehr benutzen konnte da gibt es auch keine zwei meinungen sie war baulich total im eimer da war alles schief und ja da konnte man wirklich nichts mehr machen mit der kleinen hütte aber ich habe gerettet was zu retten geht zum beispiel diese küche die war wirklich noch gut die konnte man so sich hinbauen dass sie hier ganz gut reinpasst abspülen kann man auch die fenster die sind ja auch aus der alten hütte noch die habe ich neu gestrichen ein bisschen überarbeitet das ist auch alles ganz wunderbar so geht gut genauso das fenster das ist auch original alt treppe geht auch wunderbar so das schöne ist dadurch dass ich den boden doppelt gelegt habe federt er überhaupt nicht ist wirklich richtig schön hart und knatscht nicht also das ist wirklich definitiv zu empfehlen zwei lagen holz und holzboden das ist schon eine schöne sache bei so einem wetter ist das natürlich wirklich ein traum in schweden haben wir im sommer meistens so ein wetter viel sonnenstunden viel sonnenschein und im blockhaus bleibt es relativ kühl und wird nicht zu warm da drin das haben wir auch alles schon ausprobiert und wenn es mal ein bisschen kälter ist bleibt die wärme lange drin also das ist wirklich richtig prima dadurch dass es ja auch isoliert ist ja wunderbar also zum ferien machen optimal rustikal natürlich ist jetzt kein hightech mit wlan und ausfahrbaren fernseher aber ich denke mal wer in der natur gerne sich aufhält für den ist das genau das richtige der imon ist auch von hier aus ich weiß nicht ob man es jetzt so gut sieht ja da hinten ist er ungefähr 170 80 meter entfernt da kann man also in paar minuten zwei drei minuten braucht man hier durch den weg da hinten und da hat man eine schöne stelle wo man auch ein kanu reinsetzen kann oder ein boot wie man möchte also der anschluss zum wasser ist hier definitiv gegeben und super fang gründe da optimal was ihr vielleicht gedacht habt bis jetzt dass wir das ganze vermieten wollen ja also wir haben uns dazu entschlossen das ganze hier nicht als vermiet objekt für uns sozusagen zu benutzen sondern da wie dieses grundstück nicht so gut zum heu machen und so nutzen können wollen wir das andere blockhaus was ich gerade baue auch hier mit auf das grundstück stellen und dann wird das ganze grundstück abgestückt oder geteilt das ist schon ein separates grundstück braucht aber praktischen eigenen namen und ja das kann bis zu elf monate dauern ich werde das jetzt demnächst in die wege leiten dass das hier abgestückt wird und eigenes grundstück wird so und wenn das andere haus angeblockhaus hier drauf gebaut ist denn wird das ganze verkauft weil wir mit dem grundstück sonst weiter nicht viel anfangen können und auch ehrlich gesagt nicht so die typen sind die jetzt andauernd feriengäste betreuen wollen das ist einfach nicht so unser ding und ja deswegen haben wir uns einfach entschlossen das grundstück mit den beiden blockhäusern denn zu verkaufen das andere grundstück wird auch normal elektrizität bekommen und auch eine kläranlage also das wird ein richtiges wohnhaus sozusagen also ferienhaus mit allen annehmlichkeiten man könnte es praktisch auch für zum dauerhaften wohnen nehmen ja das ist der plan es ist ein etwas größeres bauprojekt ich hoffe dass ich sobald das grundstück hier abgestückt ist oder separiert ist dass ich denn das ganze fertig habe das andere blockhaus so dass das ganze denn zum verkauf bereit steht ich weiß nicht ob man das hier hinter mir sehen kann wahrscheinlich nicht so gut aber es ist auf jeden fall hier das meiste vom grundstück einfach zu zu schräg um hier wirklich mit maschinen zu arbeiten vor allen dingen würde es sich nicht lohnen weil das was hier an grasfläche ist reicht auf jeden fall nicht aus also für die den aufwand dann nachher für für 50 heuballen zu treiben ist einfach viel zu groß ich nehme euch jetzt noch mal mit und zeige euch wo ich geplant habe das andere blockhaus hinzustellen bis jetzt haben die nachbarn das hier hauptsächlich genutzt und die pferde denn im herbst hingestellt die haben dann einmal alles abgefressen hier die konnten das letzten herbst auch wirklich gut gebrauchen bei der heunot die wir hatten und futternot ja hier sind noch die reste von der hütte da muss ich nochmal weiter sammeln aber ja so viel ist es auch nicht mehr steht der anhänger schon wieder bereit zum vollmachen ja und hier an der stelle hier geht es zur straße was heißt straße also hier fahren maximal 20 autos am tag sonntags auch mal weniger das wird jetzt praktisch das grundstück werden hier soll das andere blockhaus hingestellt werden hier hat man auch einen wunderschönen blick jetzt im moment wo die bäume grün sind kann man den fluss nicht sehen und nicht wirklich dahinter ist der fluss hier ist das andere blockhaus bekommt man auch mal einen kleinen einblick wie dieses grundstück überhaupt so aufgeteilt ist ich hoffe das video hat euch gefallen und ich sage bis nächstes mal tschüss bis nächstes mal bis nächstes mal Untertitelung des ZDF, 2020